Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind heute mal wieder bei einer Runde Minecraft Skywars und ich habe es tatsächlich geschafft, mal wieder eine Runde aufzunehmen. Hohl aufgenommen habe ich schon einige Runden, aber die waren alle nicht wirklich brauchbar. Das sieht jetzt aber, was die Ausrüstung angeht, hier schon mal viel besser aus. Und ich habe auch kein nerviges Teammitglied, was mich wegsprengen könnte. Ist auch schon mal gut. So, dann nehmen wir das weg, ziehen uns das an. Äh, so. Auf jeden Fall schon mal ein Dierschwert, können wir uns machen. 17. Die kleinen Fläschchen haben wir. Gehen wir hier auch gleich rüber. Feiger Hund. So, um es mal da auseinander zu bauen. So. Der brennt jetzt ein bisschen. In der Zeit kann ich mir ein bisschen Holz holen. Und mir eine Spitzsacke machen. Und mir eine Spitzsacke machen. zack, zack. Nee, ich werde bestimmt nicht rüber gehen. Ja. So, der erste ist weg. What the? Das nenne ich doch mal Glück. Hab ich irgendwas zum heilen? Nee, hab ich nicht. Ich hab auch nichts direkt, um ihn anzugreifen. So, und er ist auch weg. Huh. Alter Schwede. Die Runde war doch schon ordentlich. Mal teamen die. Die teamen doch. Ich hab gerade aus dem Augenwinkel gesehen, dass die nebeneinander herlaufen. Oh, das ist wieder schön. Das ist wieder was Schönes. So, aber wir werden uns jetzt davon nicht mehr ich nenn's mal beeindrucken lassen, sondern gucken hier mal gerade in die Kiste. Die ist natürlich leer. Dann gehen wir hier auch gleich weiter. Der drüben hat nichts. So, wir bauen uns mal so. Dann dürft ihr uns auch keine Angel hier runterhauen können. Überhaupt dich jetzt einfach mal ganz dreist. Und da ist gerade wer runtergefallen. Hi. Ja, dann komm mal drüber. Jo, ist auch runtergefallen. Wie nice. Das ist schon der dritte Kill. Ich nehme mich vor jetzt aber mal das Zeug. Muss mal langsam hier, äh, mein Inventar anfangen aufzuräumen. Sprich, vernünftige Sachen reinklatschen. Da vorne können wir uns gleich ein bisschen Wasser gönnen. Ist auch immer super. Feuerresistenz sind wir. Wie viele Gegner haben wir noch? Drei. Das ist doch mal echt auszuhalten. Na, das ist also Müll. Aber nehmen wir es mal auf. Ach, wie schön. So welche haben wir auch wieder in der Runde. Die hätte ich jetzt auch fast vermisst. Wir müssten auch noch unsere Teamleute da haben. Mal gucken, ob die wirklich... Ach, da sind das ein armen Boss. Was sind die ganzen Leute? Nicht, dass mich jetzt hier einer überrascht oder sowas. Fände ich jetzt nicht so toll. Na, komm. Nehmen wir Glas, nehmen wir Glas. Komm. Wollt das Mausrad gerade nicht so mitspielen? Hm. Da ist ein Spieler. Das ist ein Zweiter. Dann gehen wir mal weiter in die Runde. Denn wir müssen ja jetzt mal langsam wieder auf den Spieler treffen. Oben scheinen die ja nicht mehr zu sein. Sonst würde man ja deren... Name-Tag mal sehen. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist. Ja, ne. Die sind bestimmt runtergefallen. Nur irgendwie so ein Gedöns. So, da vorne ist wer? Hüpp. Hat funktioniert. Gut. Oh, da sind die letzten drei. Komm her. Na, der kriegt mich, der kriegt mich. Nein. Nein. Er hatte noch ein verfluchtes Herz. Nicht dein Ernst. Nein. Ach, Kacke. Näh. Gut. Das war aber auch abzusehen. Denn er hatte eine Diabrust. Gerade gucken. Wo war das denn jetzt? Da vorne über den ganzen Glassachen. Genau. Da rüstet er sich jetzt aus. Der andere hier ist in der... Da ist noch einer gestorben. Er muss zeitgleich mit mir gestorben sein. Okay. Gut. Ich würde sagen, das war es dann erstmal für heute. Sind Dritter geworden oder Vierter? Äh. Vier Verbleibende. Ne. Da. Äh. Drei Verbleibende. Ja. Da sind wir doch tatsächlich noch, äh, Dritter geworden. Vierter geworden. Vierter. Grab ein bisschen durcheinander. Kein Ding. Äh. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Vielen Dank und bis der noch rein. Ciao.